er hatte das was er im Hintergrund sieht ist jetzt nicht das Hauptthema sondern der Lukas wird euch jetzt mal was erzählen und ich spiele mit der Mutter von Minecraft damit ihr was seht also das ist eine kleine Info von also für euch von dem Unternehmen Schultz also wir sind noch in der also wir sind noch am suchen wir suchen im Moment noch ein Fahrer, ein Mapper und ein Modder, ihr könnt euch bei mir in Skype melden oder in Facebook ich heiße übrigens in Skype lukas.students so wie ich immer heiße ja und so weiteres ja also ihr könnt euch natürlich auch unter YouTube melden geht auch also wenn ihr zum Beispiel ich bewerben wollt schreibt einfach unter dieses Video ich bin ich möchte gerne Fahrer sein ich möchte gerne modden mappen ist egal und ähm in die Kommentare schreiben oder ja halt Skype adden oder so ja einfach nur den Namen und das Alter und alt was bewerben genau und ja euer PC sollte schon ein bisschen was aushalten weil wir spielen natürlich mit Mods und ja das ist wichtig ich denke mal das war's wir haben das wichtigste gesagt also wenn ihr Fahrer sein wollt Mapper oder Modder für unser Lohnunternehmen Schulz dann bewerbt euch unter YouTube oder Skype oder Facebook Facebook ist nochmal in der Beschreibung ja die Skypen haben sie auch nochmal in der Beschreibung und ja das war's eigentlich auch schon mehr wollten wir eigentlich sagen also wir hoffen wir kriegen bald Mapper, Modder und noch einen Fahrer wäre sehr schön wenn wir das alles kriegen weil wir sind schon in der Aufbauphase sag ich mal und ja wir sind ja neu und deswegen hoffe ich dass wir das schnell kriegen und und habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, was auch immer euer Lohnunternehmen Schulz genau das wollten wir sagen und tschö